Meine Damen und Herren, liebe VolksTV-Zuseher, ich darf Sie begrüßen wieder einmal aus Flachau zur VolksTV Hütten Gaudi Teil Nr. 1. Es wird auch heuer wieder ein paar tolle Teile geben, natürlich mit vielen Prominenten, mit vielen Musikanten und apropom Musikanten. Dieser heutige Tag steht im Zeichen der vielen, vielen Musiker. Wir haben Gäste aus der Steiermark eingeladen, wir haben Gäste aus Tirol für Sie mit dabei und vieles, vieles mehr. Den ersten Gast, meine Damen und Herren, den darf ich jetzt gleich begrüßen, das ist der Florian Ploder, das ist der Bruder von unserer lieben Klara. Sind gleich hübsch, sind gleich sympathisch. Florian, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Hier in Flachau bist du ja auch des Öfteren zu sehen, bist ja beruflich sehr viel unterwegs in der Gegend. Wir sind beruflich sehr viel unterwegs, danke, dass ich mit dir heute da sein darf. Das ist ein riesig viel Spaß und wir sind gerne auf den Skipisten unterwegs, wir sind aber beruflich unterwegs, wir sind mit dem Ski World Cup unterwegs. Wir machen die ganze Veranstaltungstechnik da, Ton, Licht und Bühne und auf der Bühne stehen wir auch hier und da. Das passt ganz gut. Ich habe es mitbekommen, also das Ganze im Prinzip spielt sich bei dir in der musikalischen Szene ab, aber man muss das jetzt zweiteilen. Einerseits bist du ein aktiver Musiker bei Freeze Up, die können wir natürlich diese tolle Gruppe, die werden wir gleich hören. Und andererseits hast du eine ganz interessante Firma mit einem Kollegen von dir in Bernischer Vetter, PS Event Consulting. Was läuft da ganz genau ab in dieser Firma? Die PS Event Consulting, wir sind Dienstleister für Veranstaltungstechnik. Wir starten verschiedene Events aus, sei es Tontechnik, Lichttechnik, Videowalls, auch Dekoration, Zelte, was auch immer, große Bühnen. Von uns kann im Prinzip alles aus einer Hand haben und das macht uns Spaß. Wir betreuen den Ski World Cup, wir sind auch bei diversen Firmen, Firmenfeiern unterwegs und das ist unser Hobby und auch unser Beruf und das ist gut so und macht uns richtig Spaß. Wunderbar, also du sprichst das an den Ski World Cup zum Beispiel, wenn er zu Gast ist in Altenmarkt Zaugensee, da stellt sich alles auf, was dann die Siegärung betrifft, die Startnummern, Verlosung, Dauer macht sich alles, damit auch die Stars dann im richtigen Moment auf die Bühne können und im Licht dann erscheinen, die großen Stars. Ja, wir haben die Bühnen da in Flachau war der große Nachtslalom, da haben wir das Rahmenprogramm gemacht und auch die Künstler sind von uns teilweise mitgekommen und im Zaugensee der Altenmarkt, das war auch das große Rennen, das hat heuer ein bisschen mit dem Schnee, und ein bisschen einen Strich durch die Rennung gemacht, aber es ist trotzdem gut gegangen und da sind wir auch für die Pistenbeschallung und diverse Kleinigkeiten zuständig. Also meine Damen und Herren, wenn Sie mal eine Pfandstattung haben, da sind die Profis am Werk. Jetzt pass auf, jetzt kommen wir noch einmal zur Musik. Freeze Up hören wir gleich hier zu Beginn unserer heutigen Sendung, auch da geht es ziemlich rund, ihr seid viel unterwegs, die Ballsaison sehr gut gebucht, passt da jetzt? Die Ballsaison ist sehr gut gebucht, wir sind spezialisiert auf die ganzen Tänze, wie Cha Cha, Chai, Slow Fox, Tango, was auch immer, und das macht jetzt auch großen Spaß, dass wir immer noch viele Bälle spielen und im Sommer die ganze Feste, also wir sind fleißig unterwegs auf der Bühne und das dauert. Mach weiter so, bleib vor allem gesund, das ist das Wichtigste. Ich würde sagen, einen schönen Tag haben wir vor uns, meine Damen und Herren, Sie natürlich auch, Sie bleiben dran, das ist eben jetzt der Florian Bloder gewesen von der Gruppe Freeze Up und BS Event Consulting, jetzt hören wir Sie natürlich auch singen mit dem Titel, Frech und mit viel Herz, passt irgendwie zu uns, oder? Frech und mit viel Herz, so wie wir zwar sind. Ja genau so ist er, sind Sie, bleiben dran, denn dann gibt es gleich den nächsten musikalischen Gast, bis gleich. Ich bin geboren, um dich zu lieben. Liebe Volkskirchen von Zusea, das ist unsere Hüttengaude hier aus Flachau. Wir sind im Dampfkessel, mitten unter den vielen Skigästen und ja, es ist wirklich lustig, da vor allem, weil man sehr viele Musikanten trifft, unter anderem den Mike von der Gruppe Case Life, die, wie schon der Name sagt, sehr oft in Flachau Live aufspielen, im Musikstad, ein paar Meter vom Dampfkessel entfernt. Wie viele Jahre seid ihr schon hier, Herr Mike? Wir sind jetzt die dritte Saison, und das macht jedes Jahr umso mehr Spaß. Umso mehr Spaß, wenn man die Gruppe Case Life kennt, dann weiß man, ihr steht für absolute Party, ihr steht für absolute Power. Wie lange spielt ihr jetzt schon in dieser Formation? In dieser Formation sind wir jetzt seit circa zwei Jahren unterwegs. Die Gruppe besteht aus sechs Mitgliedern, oder? Wir sind zu sechs, wir haben Schlagzeug, Bass, E-Gitarre, zweimal Gesang, Sängerinnen und Sänger, der Sänger bin ich, und unser einzigartiger Karl-Heinz am Keyboard. Einzigartiger Karl-Heinz. Und Harmoniker. Und Harmoniker. Ihr macht so ein sehr breites Programm, und vor allem, wenn man die Musikstadle spielt, beginnt ja meistens um 9 Uhr abends, oder? Genau, richtig, ja. Bis dann in die frühen Morgenstunden. Man hat hier in Flachau ein sehr breit gefächertes Publikum. Holländer, Deutsche, Österreicher. Ja, vor allem jede Altersgruppe. Jede Altersgruppe natürlich auch. Wie legt ihr das immer an? Macht ihr da jeden Tag was anderes? Wir sehen das, nein. Also prinzipiell schauen wir uns an, wie die Leute kommen, wie sie drauf sind. Wir reagieren, agieren dann eben aufs Publikum. Muss man es ja machen. Das ist richtig. Die Hits, die es in jedem Skigebiet gibt, die muss man dann eben spielen. Bis der Schnee schmilzt. Ja, bis der Schnee schmilzt. Hoffentlich dauert das noch lange heuer. Ihr seid aber nicht nur im Musenstadl fleißig unterwegs, sondern das ganze Jahr über im gesamten österreichischen Raum voll Gast. Wir sind mittlerweile schon international unterwegs. Super. Also auch Kärnten. Hast du gesagt? Grüßen an dieser Stelle alle Kärnten. Alle Kärnten, grüß euch. Nein, Österreich und Deutschland. Wir waren eben voriges Jahr in Oberhausen, Deutschland. Das große Oktoberfest am Zentrum. Wir sind jetzt um die 70 bis 100 Mal jedes Jahr in Österreich on Tour. Letzte Frage. Was war letztes Jahr für dich der Apresche-Hit hier in Flachau? Der Apres-Ski-Hit voriges Jahr. Hula Palou, Andreas Gavalier. Spielen wir jetzt, oder? Ist eine gute Idee. Meine Damen und Herren, wir haben hier eine Gaudi. Der sonstige, was noch fehlt, ist ein Getränk. Werden wir auch noch nachholen. Das holen wir uns jetzt. Und Sie genießen jetzt Andreas Gavalier mit Hula Palou. Und dann begrüßen wir Gäste aus Tirol, wenn die Steirer schon so frech sind. Bis gleich. Das ist unser erster Teil der VolksTV Hütten-Gaudi 2017 aus Flachau, besser gesagt aus dem Dampfkessel. Wir haben eine riesige Gaudi und die nächsten Akteure, die wir jetzt begrüßen. Zum ersten Mal, meine Damen und Herren auf VolksTV aus dem Tiroler Land, die bärigen Tiroler. Ist richtig. Zuerst einmal grüß euch Jungs, einen bärigen Tiroler. Seit wann gibt es ihn schon? Also uns gibt es jetzt seit fünf Jahren. Heuer machen wir das Fünfjährige voll und gewaltig. Also uns taugt es einfach Musik. Es ist einfach Leidenschaft. Und ja, mit uns gefällt es euch, dass wir heute da sein dürfen und hallo liebe Zuschauer. Ja lieber Domi, wenn man euch Songs schaut, vor allem dich betrachtet, da merkst du die Energie. Das ist ein Wahnsinn. Ihr lebt es wie die Musik. Muss man natürlich auch. Wirst wahrscheinlich als klungener Burschen voll drauf gewesen sein auf der musikalischen Linie. Also ich muss sagen, jetzt mit zwölf Jahren habe ich angefangen mit der steirischen Harmonika. Hab von meinem Opa damals gelernt gehabt und seitdem nicht mehr wegzudenken. Natürlich bringt uns auch einige Sachen dabei, so wie Keyboard und solche Sachen. Dann selbst, wenn man sagt, man geht an einen eigenen Stil ein bisschen. Und ja, seit dem Zwölften leben sie eigentlich immer mit der Musik unterwegs. Jetzt habe ich eine interessante Frage. Die Bergen Tiroler sagt natürlich, ihr seid aus Tirol. Wir haben bei uns auf VolksTV sehr viele Tiroler Gruppen, aber alle haben irgendwo das Wort Zillertal drin. Jungen Zillertal, Original Zillertaler. Die Bergen Tiroler, woher seid ihr genau? Also wir kommen nicht aus dem Zillertal. Hab ich fast gedacht. Wie man vom Dialekt auch hört. Wir sind Umgebung Wattens. Wattens, wow. Also alle im Umkreis von der Umgebung Wattens sind wir. Sehr gut, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz oft in den Bergen unterwegs, was natürlich auch die Auftritte verlangen. Ihr spielt hauptsächlich in Österreich. Ja, es geht schon über die Grenzen raus. Jetzt auch so wie Schweiz, Holland oder so und Deutschland. Und natürlich ist auch unser Ziel immer nach die Grenzen hinausschauen. Okay, was macht man? Nur Tirol alleine, okay. Eigentlich haben wir schon fast alles niedergespielt in ganz Tirol. Ja, aber ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn ihr immer wieder gefragt seid. Ist ja ganz, ganz wichtig. Du bist der Bandleader, der sozusagen auch wahrscheinlich auf der Bühne dann die Moderation überhat. Genau. Ich führe ein bisschen durch den Abendtuch. Also Bandleader nennt einfach den Bruder und ich. Wir haben gemeinsam die Bayern Tiroler gegründet. Und wir sind ja vier Personen. Einer habe ich nicht mehr hocken da. Eine ganz interessante Person. Ja. Zu den können wir, glaube ich, noch später noch. Können wir gleich. Und ich muss einfach sagen, ja, es taugt uns einfach. Und ich habe gesagt, wir müssen etwas machen in dieser Musikbranche. Einfach sagen, wir möchten Volksmusik, Schlager, Pop, Rock. Wir machen CDs, alles. Also für alle Sachen offen. Jetzt kommen wir gleich zum neuen Mitglied, zum Sepp. Seit wenigen Tagen gibt es euch jetzt in dieser Formation der erste Auftritt. Der war vor ein paar Tagen. Ja. Du bist ein musikalisches Höchsttalent, darf ich jetzt mal sagen. Nein. Man weiß das aus Fachkreisen. Okay. Aber nichtsdestotrotz. Voll motiviert jetzt mit einer neuen Auftrag. Super. Volle. Ich bin begeistert und mich habe die Jungs kennengelernt durch Zufall. Und wie man halt durchs Reden oft zusammenkommt und das hat von Haus aus gepasst. Welche Instrumente spielst du jetzt bei den Bering-Tirolern? Bei den Bering-Tirolern bin ich eigentlich Bass und Gesang im Einsatz. Bass und Gesang im Einsatz. Ja. Du spielst ja ein sehr breites Genre. Von der Volksmusik, von der Flotten. Ja. Nicht im Vergleich mit der Obergrämmusik, sondern von der fetzigen Volksmusik. Bis hin zu den modernsten Titeln, die in den Charts sind. Ja. Du hast ja alles mit dabei. Wo liegt da deine Favoritenliste? Meine Favoritenliste? Ich sage, mein Spruch ist immer, es gibt keine schlechte Musikrichtung. Es gibt nur gute Interpreten oder weniger gute. Also ich bin überall zu Hause. Da ist was Gutes. Wenn man ehrlich ist, man muss ja das spielen oder was die Leute hören wollen. Ja, eben. Ist das so als Liveband. Lieber Domi, ihr habt aber nichtsdestotrotz ganz, ganz tolle Titel selbst komponiert. Da legt ihr einen großen Wert drauf. Also Cover-Titel muss natürlich jede Band im Programm haben. Aber ihr produziert und schreibt es vor allem selber. Genau so ist es. Also der Brot und ich, wir schreiben die Texte, wir komponieren auch die Texte. Es ist die Musik von uns, die Melodie. Es ist eigentlich wirklich alles von uns, von unserer eigenen Federhäuser. Und wir haben so einen eigenen Stil, so ein bisschen im Zieh auch dabei. Und es wird aber echt ein bisschen poppig und rockig. Das hört sich interessant an. Wir dürfen ja gleich ein Video sehen. Was ist das für ein Titel? Ich hab Schmetterling im Bauch. Und der war ja ganz erfolgreich. Hitparad-mäßig gesehen. Ja, genau. Wir sind alle Hitparaden verdreht. Wir sind jetzt auch bei einem Deutschmusik-Song-Contest. Der Gold nominiert mit diesem Titel. Ja, waren wir. Ja, dann weiß ich, wer die nächste Runde Bier zahlt. Meine Damen und Herren, das sind sie eben die Bergen-Tiroler. Ganz sympathische Burschen. Die restlichen zwei, die lernen wir jetzt gleich kennen. Zuvor schauen wir uns das Video an. Schmetterlinge im Bauch. Ganz erfolgreich. Ein wunderbarer Titel. Den gibt's jetzt hier aus Flackau mit den besten Grüßen. Der erste Tag vergiss ich nie. Es war das Schönste für mich. Die Nacht haben wir zusammen verbraucht. Und gemeinsam so viel glaubt. Ich denk halt nur zurück. Und kann mir glauben, mein Glück. Du bist immer nur bei mir. Und ich, ich kenn ganz allein dir. Ich hab Schmetterling im Bauch. Das ist, weil ich dich so brauch. Allein der Gedanke an, die zeigt mir. Wir lieben dich hoch. In der Früh geht's schon los. Da brauch ich dich auf meinen Schoß. Und nimm dann auch dich ab dann. Funk mein Herz zum Bumpern an. Ich komm nie glauben, dass ich das du. Ich hab Angst für ein kleiner Buh. Den Ring hab ich schon da hohn. Denn mein Herz hab ich an die verloren. Jetzt ist ja endlich da der Tag. Ich stell dir heut die größte Frag. Willst du meine Frau werden? Ich hab Schmetterling im Bauch. Ich hab Schmetterling im Bauch. Das ist, weil ich dich so brauch. Allein der Gedanke an, die zeigt mir. Wir lieben dich hoch. In der Früh geht's schon los. Da brauch ich dich auf meinen Schoß. Und nimm dann auch dich ab dann. Funk mein Herz zum Bumpern an. Funk mein Herz zum Bumpern an. Ich hab Schmetterling im Bauch. Das ist, weil ich dich so brauch. Das ist, weil ich dich so brauch. Allein der Gedanke an, die zeigt mir. Wir lieben dich hoch. In der Früh geht's schon los. Doch brauch ich dich auf meinen Schoß. Und in der Nacht, ja dann. Funk mein Herz zum Bumpern an. Musik Nach den Schmetterlingen im Bauch von den bärigen Tirolern darf ich Ihnen jetzt die zweite Hälfte vorstellen. Das ist der Patrick und der Robert. Meine Herrschaften, freut mich, dass wir uns einmal kennenlernen. Ich hab jetzt schon erfahren, du und dein Bruder, ihr tut sehr viel komponieren. Habt ihr auch diesen Song selber geschrieben? Schmetterling im Bauch? Ja, man kann sagen 90% unserer Werke sind eigentlich aus unserer Feder. Wir haben ein kleines Tonstudio, Schrägstrich Probelokal, wo wir unsere Demos eigentlich selber machen. Die Sachen vorproduzieren auch schon selber. Alles selber texten, selber komponieren. Großartig. Super. Dieser Titel, Schmetterling im Bauch, wo wurde der dann entproduziert, weil er klingt sensationell? Dürfen wir ruhig Werbung machen? Ja, das ist der Bautl Thomas. Hallo Domi. Das ist der Bautl Thomas in Klementen, der Top Art Music. Also schon seit ein Jahr circa haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Also passt super, alles tip top in Ordnung. Wie du sagst, klingt geil. So soll es auch sein. Heutzutage braucht man ein richtiges Top-Produkt, wenn man da richtig reinschießen will in die Hipperarten. Also es gibt sozusagen, wenn man das ausdrücken darf, keine Nosenbauer mehr in dem Geschäft. Die bärigen Tiroler sind sehr viel unterwegs. In diesem Jahr 2017 wird einiges passieren. Auf was freust du dich am meisten? Ha, ich freue mich am allermeisten auf das Schlagerfestival in Imst. In Imst? Ja. Sehr viele Kollegen mit dabei. Ja, da ist die Claudia Jung dabei, die Franzin Jordi. Oh. Ja, auf das freuen wir uns schon sehr. Dir wird es da wahrscheinlich eine Stunde dann Vollgas geben? Genau, wir werden da eine Stunde lang, dürfen wir uns präsentieren und natürlich auch durch den Abend begleiten. Wir freuen uns schon sehr. Jetzt müssen wir uns klären. Unsere Zuseher, die fragen immer wieder, die sind so super, die sind so sympathisch. Wir wollen unbedingt CDs haben, auch einen Fanartikel. Wie kontaktiert man euch eigentlich am besten? Wie kommt man zu die bärigen Tiroler am allerleichtesten? Also am allerleichtesten ist natürlich über Facebook, also www.facebook.com slash die-bärigen-tiroler-1 oder unter www.die-bär-in-tiroler.at. Unseren Titel kann man euch bei Amazon, iTunes, bei allen, bei den meisten Download-Modellen, eigentlich bei allen… kann man eigentlich wahrladen. Also überhaupt kein Problem, dass man zu so einem Titel kommt. Wie auch jetzt dem Schmetterling im Bauch zum Beispiel. Kein Problem, wenn gefällt und das tut es, meine Damen und Herren, laden Sie sich diesen Song runter. Jetzt fragen wir ganz kurz den lieben Robert. Robert, ihr seid viel unterwegs, die Musi ist eure Leidenschaft. Habt ihr auch noch einen Hauptberuf oder ist es die Musi, der Hauptberuf? Ja, also wir sind schon nebenher, also eigentlich nebenher Musikanten hauptberuflich, sind wir auch noch unterwegs eigentlich. Darf ich fragen, in welche Richtung das geht? Also ich bin vom Beruf Elektriker, also ich kann auch abseits der Bühne viel, viel basteln für uns. Ganz, ganz wichtig, wenn man so einen im Haus hat, ab und zu etwas zum Löten oder sonstiges kenne ich ihn aus der Zeit meiner Band. Gold wert und ersetzbar. Das heißt auch, wenn es einmal unter der Woche wieder ist, Alltagsberuf und am Wochenende geht es auf die Bühne. Perfekte Kompi, oder? Genau. Super, cool, cool, cool. In Zukunft wird man hoffentlich auch auf VolksTV vieles von euch hören. Jetzt darf ich die noch einmal ans Fragen. Wenn wir fünf Jahre jetzt vorausblicken, ihr seid jetzt neu besetzt, ihr habt volle Bauer, gebt jetzt so richtig Gas. Wo wird es dir gern mit deinen Kollegen, mit den Bergen Tirolern jetzt 2020, 2022 sehen? Es ist immer schwer, aber so etwas zu planen. Gibt es vielleicht so große Ziele? Es ist schwer zu planen, aber ich finde, dass es einfach wichtig ist, wenn man ein klares Ziel vor Augen hat. Und vor allem wichtig ist, dass der Spaß dabei nie verlangt. Also es gibt Momente, wenn man auf der Bühne steht, da weiß man dann einfach, warum man das tut. Also es kann jetzt ein Beifall sein, das kann, wenn man so Fanclubs, wir haben ja auch einen Fanclub natürlich, wo wir haben ja auch viele Fans, die uns nachreißen. Ganz wichtig auch, ja. Es ist natürlich immer, immer wieder schön, wenn man da wirklich dann auch sieht, dass man angenommen wird von den Leuten, und dass es den Leuten gefällt, das was man macht und dass man sich selber ein bisschen zum Ausdruck bringen kann. Zu deiner Frage zurück, also in fünf Jahren würde ich gern haben, dass die Leute nur wegen uns auch auf ein Konzert kommen, wo auch nur wir spielen und auch nur mit eigenen Sachen. Wollt ihr gerade sagen? Genau und wir haben einfach das Ziel, wir tun uns sehr, sehr wenig eigentlich bei unseren Titeln mit aktuellen Themen beschäftigen, weil wir sagen, wir möchten Musik für die Ewigkeit schreiben und das Ziel für 2060... Das Ziel für 2060 war... In Pension zu gehen. Aber solange es, das Klopfen auf Holz, solange es geht, möchten wir das natürlich schon machen. Und da war eigentlich das Ziel, dass sie irgendwann vielleicht ein Mann herkommen und sagen, ma du Batty, ich habe beim Regenvertreiber oder bei Schmetterling im Bauch meine Frau kennengelernt und jetzt haben wir die Silberhochzeit. Das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich sage, es gibt einem einfach alles in den Job. Man weiß, man hat einfach einen Menschen lang begleitet mit seiner Musik. Und das meiste kann man sowieso nicht planen und nicht beeinflussen. In diesem Sinne, Jungs, sehr simmatisch. Dankeschön, dass ihr vorbeigekommen seid. Über die Berge geht es dann wieder nach Hause. Meldet euch, wenn es etwas Neues gibt. Ich drücke euch die Daumen. Macht diesen Stil genauso weiter, der passt zu euch. Und meine Damen und Herren, wir machen auch hier weiter. Es gibt jetzt tolle Musik aus unserem Programm. Natürlich wieder einen Abrische-Hit, wenn wir schon mal in dieser Skidestination wieder sind. Und dann sind wir zurück mit der nächsten Gruppe. Die spielt auch noch live für uns auf. Also dranbleiben heiß hier. Das ist hier unsere Volks-TV Hüttengaudi aus Flachau. Meine Damen und Herren, heute mit vielen, vielen musikalischen Gästen. Und ich habe Ihnen eins versprochen, zum Abschluss gibt es hier richtige Live-Musik. Dafür sorgen die Jungsteirer. Das ist eine ganz tolle Formation aus der Steiermark. Da darf ich einmal den Marcel begrüßen. Lieber Marcel, wir freuen uns, dass wir jetzt ein bisschen unseren Zuseher und Jungsteirer präsentieren dürfen. Zuerst mal eine Frage, woher seid ihr denn genau? Ja, grundsätzlich, ich komme aus Hitzendorf in der Nähe, aus Manscher. Der Harald, unser Harmoniespüller. Mein Kollege, der kommt aus Übelbach. Und unser Dritter, der kommt aus Grazwein grundsätzlich. Und wir sind eigentlich grundsätzlich im Kreis von Graz-Umgebung meistens unterwegs. Und ja. Super. In den nächsten Jahren kann es natürlich dann auch auswärts immer wieder mehr werden. Ob es Deutschland ist, ob es die Schweiz ist. Also ihr seid ja eine relativ junge Formation. Wie viele Jahre seid ihr jetzt schon als Trier unterwegs? Wir sind jetzt seit Anfang 2015 unterwegs. Der Harald und die kennen uns eigentlich schon länger vom Trachtenverein und so. Und dann haben wir immer so ein bisschen hin und her gespielt und haben gesagt, du pass auf. Können etwas werden. Probieren wir, schauen wir, was da wird. Probieren wir mal. Und dann spielen wir immer mehr. Ja, so haben ganz große Karrieren begonnen. Zum Beispiel bei den Edelsäern war es auch so. Die haben sich gekannt und haben gesagt, wir spielen mal klasse zusammen. Machen wir was. Edelsäer Driers haben sie begonnen. Ja, sehr coole Idee. Und da haben sie zu zweit begonnen und jetzt sozusagen aufgestockt. Ja, wir haben zu zweit begonnen und dann haben wir geschaut, dass wir einen Gitaristen dazukriegen. Das hat es ihm mit der Zeit dann auch gegeben. Die Anfragen sind reingekommen. Wir haben gesagt, ja passt, gern. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einfach nur einen dritten, dass wir wirklich jetzt Dreh dazukriegen. Was für Musik machen jetzt die Jungsteiner? Wie kann man das am besten beschreiben? Ja, wir machen grundsätzlich Volksmusik, Obergreiner. In der Richtung spielen wir eigentlich so ziemlich alles. Wir versuchen in jede Richtung ein bisschen hinzugehen und einfach schauen, dass wir ein bisschen facettenreicher werden und einfach was auf die Beine stellen können. Meine Damen und Herren, was ganz besonders ist, diese Formation, die kann zum Beispiel auch, das werden Sie gleich sehen, ohne Verstärkung spielen. Unter die Leute, unplugged, wie man das so schön ausdrückt, spielst du natürlich auch. Und gerne. Ja, genau. Unplugged, das spielen wir momentan nur. Es ist einfach gemütlich hinkommen, auspacken, anspielen. Das ist einfach eine Freude von einem Musikanten und das ist einfach das Nonplusultra. Wie ich immer sage dazu, mir taugt das einfach irgendwo hinkommen, anspielen und die Leute begeistern wollen. Das ist einfach super. Mir taugt. Hast du spezielle musikalische Vorbilder jetzt, was das Trio anbelangt oder was die gesamte Volksmusikszene anbelangt? Ja, Trio anbelangt, sag ich einmal weniger. Aber spezielle Vorbilder, sag ich einmal, Edelser, natürlich eine super Musikgruppe, super Leute, menschlich geblieben. Grafen natürlich auch. Die haben sehr Dinge gemacht. Das taugt mir natürlich auch voll. Musikalisch, technisch bin ich allgemein sehr interessiert und so. Und das, ja, Floaten Steirer Day, muss ich sagen. Da habe ich Baritanspielen gelernt. Oh ja, wirklich wahr? Ja. Vom Heki, vom Janja. Ja, genau. Das sind halt auch solche Kollegen, Freunde. Der Zusammenhalt unter Musikanten, muss ich sagen, ist halt immer super. Und das hat mich auch immer gestärkt, auf meinem Weg sozusagen. Das heißt, es war eigentlich immer ein Wunsch von dir, oder? Mal mit einer richtig offiziellen Gruppe auf die Bühne gehen zu dürfen und dann eben die Leute zu begeistern. Meine Damen und Herren, mir ist es nämlich immer ganz, ganz wichtig, dass man auch junge Formationen ins rechte Licht rückt. Und ihr habt es euch verdient. Die letzte Frage, bevor wir dann den Haarer kennenlernen dürfen. Wie kann man euch am besten erreichen? Und wenn man jetzt sagt, ich habe ein Festel daheim, fesche Buben, seid sehr spitzgut, ihr habt eine große Begeisterung. Wie kontaktiert man euch am besten? Ja, am besten ist, momentan haben wir nur eine Facebook-Seite. Unter die Jungsteirer können wir uns leicht finden durch diese Telefonnummer. Bitte anrufen. Das ist der einfachste Weg eigentlich momentan noch. Wunderbar. Dann wünsche ich dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Bleib so wie du bist. Bleib so. Und da sehen wir uns sicher das ein oder andere Mal auf den Bühnen oder sonst bei uns im Studio. Meine Damen und Herren, jetzt gibt es einmal für Sie noch einen tollen Titel. Ich würde vorschlagen, wir hören uns die Edelseer an, oder? Das passt ganz gut. Edelseer, tolle Kollegen von uns, die hören sich jetzt bei uns im Programm. Und dann sind wir wieder zurück und dann gibt es gleich die Livemusik. Einmal sage ich noch Servus aus Flachau, meine Damen und Herren, zur heutigen Hütten-Gaudi. Lade ich Sie ein. Wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie da unbedingt vorbei in dieses wunderbare Skigebiet. Es gibt nicht nur tolle Skipisten, sondern vor allem auch tolle Musikanten hier. Die Gruppe, die Jungsteirer, die haben wir jetzt schon ein bisschen vorgestellt. Marcel hat uns schon einiges erzählt. Lieber Harry, du bist auch ein Mitglied der Jungsteirer. Seit 2015 seid ihr jetzt zusammen unterwegs. Ja genau, Anfang 2015 sind wir unterwegs zusammen. Und ich habe so richtig Spaß, was man schon gehört hat. Ihr spielt auch sehr gerne am Plagt, also unter die Leitlinie, wie wir gleich sehen werden. Und dann gibt es so richtiges Gas. Und ja, ich glaube, die Ziele für die nächsten Jahre, die können nur sein, zusammenhalten und gemeinsam viel erleben, ein bisschen proben und dann irgendwann eine CD. Ja genau, ein bisschen zusammenhalten ist es ganz wichtig in einer Partei. Und auch Spaß haben mit der Musik. Und wie du auch gesagt hast, dass wir nachher mal eine CD vielleicht einmal machen, nachher die nächsten Jahre. Ja super. Ja, wäre sicher eine coole Sache. Es ist immer wichtig, damit man was zum Hergeben hat. Die Leute fragen wollen und da braucht man eben was. Weil heutzutage weiß man es ja selbst, reich wird man ganz, ganz schwer von CDs etc. Aber es ist wichtig, dass man etwas hat. Lieber Harry, Marcel hat mir erzählt, er hat viele Favoriten in der musikalischen Szene. Also Vorbilder wie die Edelsäer, wie die Grafen. Er ist da breit gefächert. Ist es bei dir auch so oder bist du ein reiner Oberkröner-Fan? Nein, es ist komplett gleich. Auch die Edelsäer sind Weltklasse, das ist meine Nummer für sich. Auch die Grafen sind Top-Musikanten. Und ja, Moskirchner und wie du eben gesagt hast, es ist ein bisschen breit gefächert. Von der Oberkröner-Musi bis zur Schlager-Melodie, dir gefällt alles. Ja genau. Wenn du jetzt einmal nicht musikalisch unterwegs bist, was machst du denn sonst so? Ja, also berufmäßig bin ich eben Stahlbautechniker bei der Firma Jaritz. Und ja, im Juli werde ich Vater. Das ist was ganz Schönes. Am 11. Juli ist der Termin, ja. 11. Juli. Hoffentlich noch kein Live-Termin mit den Jungs teuren, oder? Ist da schon irgendwas geplant? Nein, ist noch nichts. Qualität. Ganz, ganz wichtig. Und ja, ansonsten wahrscheinlich auch immer wieder mit der Familie, mit der größeren Familie dann ein paar Reisen unternehmen. Wir durften, meine Damen und Herren, schon gemeinsam in Kroatien ein paar wunderbare Tage verbringen mit den Granaten, mit dem Baggerbuch. Die Musiker halten zusammen, das ist das Allerwichtigste. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, bevor wir euch endlich spielen hören. Wir haben zuvor mit dem Marcel schon gesprochen. Wenn auch jemand buchen möchte, am besten Facebook nachschauen, weil das ist jetzt nochmal erreichbar. Ja genau, bei uns noch Facebook und sonst, also die meisten Leute haben eigentlich die Nummer auch von uns, wenn wir etwas wollen. Das heißt, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gruppe gefällt, Sie können sich natürlich auch bei uns melden. Wir geben dann, wenn wir dürfen, deine Nummer weiter. Ja gerne. Abschließende Frage. Wir sind da im Hintergrund, die Skipisten und so weiter. Bist du eigentlich gerne in den Skihütten unterwegs? Privat? Ja. Oder beruflich? Ja, privat bin ich voll gerne unterwegs. Es ist auch einfach eine lässige Atmosphäre und es gibt einfach nichts Besseres im Winter, als wenn bei der Skihütten unterwegs sein. Was trinkt ihr da? Lieber einen Glühwein oder doch ein Bier? Ah, da bin ich eher noch auf Glühwein und Schnapsli rumdämmen. Wirklich? Ja, also ich sage auch einmal Danke, dass wir gerne kommen haben dürfen. Gerne, gerne. Und nächstes Mal, wir sind morgen unterwegs. Wirklich? Auf der Sommeralm. Da sind wir auf eine private Veranstaltung. Und nächstes Mal live auf der Bühne müssen wir mit dem Terminkalender erst einmal nachschauen. Das ist gut. Also andere Sorgen werden schlimmer. Ich danke dir, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ich sage danke, dass Sie dabei geblieben sind. Der nächste Teil, Teil Nummer 2 aus Flachau wird auch so richtig interessant. Da besuchen wir das nächste Mal den Hermann Meier in seinem Museum mit den ganzen Pokalen etc. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit absoluten Liveklängen hier aus dem Kampfkessel mit den Jungsteirern. Also auf ihm mit der Harmonie und los geht's. Danke fürs Zusehen. Dankeschön, danke für euch. Ihrีkeit des Russians Jahres! Ja, danke für euch. Ja, danke für euch. Das ist doch die Tatooine. Danke schwer. Ich frage durch Wäramenerhep about 40 Mär Wärmar client. Ja. Das ist so patriot. Well, das ist dochTMap ACT. Ja, das ist doch nurял. Ich frage der Falle und erzeugen. Und zwei Minuten stear ich besser. Bis zum nächsten Mal.